hallo und herzlich willkommen auf meinem youtube kanal mein name ist alex von new strong business team es freut mich dass du hier dabei sein ja freunde ihr sehen könnt habe ich hier den chart von bitcoin auf denn wer sich die letzte woche beziehungsweise diese woche mit dem bitcoin beschäftigt hat der hat sich definitiv hier gewundert was hier abgeht denn es ging auf und ab und am freitag jetzt den 8 september hat mir hier richtig rasanten sturz nach unten und wir liegen derzeit bei 4058 us dollar also knapp über 4000 us dollar wie die meisten vielleicht gesehen haben ist der us dollar ja selbst als währung auch ziemlich gefallen gegenüber dem euro und ja natürlich kann das auch auswirkungen darauf haben ganz klar aber wir haben hier einen ganz großen sturz gehabt nach unten und das ist die möglichkeit leute jetzt sich mit bitcoins zu bewaffnen denn der bitcoin ist jetzt momentan stabil wenn wir jetzt mal schauen die ein monats ansicht dann sehen wir mal hier dass er momentan so ganz gut läuft hin und her wir hatten hier ein ganz hoch bei 4900 us dollar für einen bitcoin und derzeit ist wie gesagt eine große chance sich wieder mit bitcoins zu bewaffnen beziehungsweise zu kaufen und die solltet ihr nutzen denn wer wirklich hier sich mit beschäftigt der weiß dass bitcoin noch eine ganz krasse zukunft hat und das ist nur eine kurskorrektur die uns hier die möglichkeit bietet einfach nur noch mal zuzuschlagen und noch gute preise mitzunehmen nichtsdestotrotz möchte ich euch mein kundenbenutzer konto vorne mein dashboard in dem fall von fct academy zeigen wenn fct academy wie die meisten das vielleicht schon gesehen haben beschäftigt sich mit bitcoins die traden mit bitcoins über bitrex und anderen plattformen handelsplattformen und vermehren für uns so den bitcoin den wir hier investieren können und ich bin vor zwei drei tagen glaube ich ja mit 0,25 bitcoins eingestiegen das sind knapp umgerechnet 2000 euro und mein bitcoin hat sich hier schon vermehrt und zwar habe ich momentan eine gesamtgut haben von 0,2 0,00275 bitcoins ja das sind umgerechnet ein bisschen über 20 glaube ich 30 euro das ist aber für zwei tage gewesen wir können uns das mal bei finanzen anschauen und zwar haben wir hier wie wir sehen habe ich hier am 9.9 eine gutschrift bekommen von 0,00125 bitcoins und am zehnten also in der nacht passiert das ganze denn ihr müsst bedenken wir haben hier hongkong zeit wo das ganze funktioniert und da habe ich 0,0051 bitcoin also das variiert wie gesagt aber ihr dürft nicht vergessen es ist ein zinseszinseffekt so dass wir hier vom kurs abhängig sind denn wenn der kurs steigt dann steigt auch unser gut haben dass wir hier kriegen also es ist wirklich doppelte profit den wir hier haben und ich sag mal somit den ja 0 oder 0,25 die ich investiert habe habe ich hier wirklich täglich bis 15 15 bis 30 prozent variante wir können uns das mal anschauen ja beispielsweise hier im durchschnitt täglich 0,00135 ja das ist sehr gut 0,04 4 monatlich das ist schon ganz gut sage ich mal und natürlich habt ihr hier auch ein affiliate programm was sie nutzen können definitiv also wenn ihr euren bitcoin vermehren möchte dann trete doch gerne mit ein und guckt euch die anderen videos von fct academy an die ich hier veröffentlicht habe denn ihr habt hier große möglichkeiten euch auch weiter zu bilden und zwar umsonst kostenlos bietet das unternehmen hier bildungsmaßnahmen an wieso kein weiteres unternehmen meiner meinung nach anbietet und ihr könnt hier wirklich gute profite mitnehmen was ich wirklich für sehr sehr gut halte also wenn ihr dabei sein möchtet und euren bitcoin vermehren möchtet dann meldet euch gerne an den anmelde linken werde ich unten in der beschreibung hinzufügen investiert bitte nicht die bitcoins und das geld dessen verlust nicht verkraften können denn jeder ist hier für sein handeln selbst verantwortlich ganz klar und schaut euch natürlich auch das video was ich verlinken werde an die erklärung zu diesem zu fct academy zu diesem unternehmen was die genau machen und welche profite euch hier erwarten können so ja ich komme zum schluss ich bedanke mich fürs zuschauen wenn ihr weitere informationen haben möchtet tretet meinen sozialen netzwerken bei da findet ihr zahlreiche unten als verlinkung da könnt ihr gerne beitreten und mich mit euch mit mir austauschen und meiner community so dass wir da wirklich infos aus erster hand immer aktuell haben das ist perfekt so ansonsten wenn euch das video gefallen hat freue ich mich über einen daumen hoch abonniert meinen kanal für alle weiteren informationen und ich wünsche euch noch einen schönen sonnigen sonntag macht's gut tschüss